Einen wunderschönen guten Tag da draußen alle begeisterte Formel 1 Fans zum elften Lauf unserer McLaren Honda Karriere dritte Saison und in der Fahrerwärme, ja es wird für die Konkurrenz immer immer peinlicher nach dem Ergebnis aus Großbritannien von wo wir vom letzten Scablos noch aufs Podium gefahren sind auf Position 2 209 Punkte, 123 und 106 das waren die ersten drei in der Fahrerwärme, Louis Sammet, der möchte aufholen, Kimi Räikköne ist der WM Vierter, Scablet hier aus von Position 2 Scablet Reihe 2 dann komplett in McLaren Honda Hand mit uns und Fernando Alonso auf Position 4 dann die beiden Red Bulls mit Max Verstappen und Dansemann, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel nur auf P7 und weiterer Rebooters auf Position 9, den ich doch leicht in Q3 behindert haben könnte genauso wie auch Sebastian Vettel Daniel Quirt, unser Rivale, Scablet 419 und Romain Grosjean vor und ganz hinten und zwar Scablet versetzt Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve Fahr so sauber wie möglich Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze Wir wollen sowieso keine Positionen verlieren Wir wollen eigentlich dahin, wo gerade Louis Sammet ins geht und zwar ganz vorne Wir wollen am besten nach Kurve 3, 4 die Führung haben und auch diese Führung dann bis zum Schluss verwalten Kimi Räikkönen, da müssen wir natürlich auch noch drauf aufpassen und natürlich auch unser Teamkollege Fernando Alonso, da müssen wir genauso gut drauf aufpassen Ich werde hier natürlich die Zwei-Shop-Strategie fahren Wir werden natürlich auch wieder den Undercut machen in Runde 18 und in Runde 39 werden wir reinfahren Zweimal Supersoft, einmal Softreifen, es soll nicht während des Rennens regnen Das ist doch eine erfreuliche Nachricht Benzin soll ich 102,8 Kilogramm mitnehmen Das entspricht genau 68,5 Runden Gut, die Rennstrategie bin ich einmal auf Intermediates-Bedingungen gefahren Und einmal... Ne, stimmt gar nicht, ich bin die dreimal gefahren sogar Intermediates Supersoft und Softreifen Und daraus nimmt er jetzt die goldene Mitte Und das ist dann laut Spiel 102,8 Kilogramm Ist mir zu viel, ich werde weniger mitnehmen Ich werde hier 101,5 Kilogramm mitnehmen Also für 67,6 Runden Benzin Liegt einfach daran, Ungarn ist zum Beispiel ein Kurs wie fast Monaco Also man sagt auch gerne Monaco 2,0 Und da kann man schon einige Strecken am Schritt auf mager fahren Weswegen ich einfach dann diese Oder so wenig Benzin mitnehme Das sind minus 2,4 Rennrunden Das Setup für die Leute, die es gerne wissen und wollen Und sich das Qualifying zum Beispiel nicht anschauen Im letzten Jahr sind wir hier Flügel 11,11 gefahren Dieses Jahr in 9,8 Und der Rest, man kennt es eigentlich mittlerweile Ist extrem standardmäßig von mir Ich würde sagen, auf ein gutes Rennen hier In Ungarn Einer meiner nicht absoluten Lieblingsrennschrecken So, Hamilton scat ist schon genauso wie Kimi Und das ist das Stichwort Schemleim wollen wir sowieso nicht Aber wir wollen auch nach vorne Wir wollen nach vorne Und der Mann hinter uns Verdammt doll uns sowieso Weil das ist so ein bisschen sein Rennen Genauso wie immer in Spanien sein Rennen ist Wo er eine gute Chance hat, mich zu schlagen Aber da muss er erstmal natürlich auch wieder an mir Vorbei, denn wir hier einmal vorne sind Dann wird es extrem schwer Auch für einen Louis Samet Auch für einen Kimi Raikönen Auch für einen Walterio Bottas Der noch von hinten kommt Das wird nicht so ganz einfach Für die gesamte Konkurrenz Dann an uns vorbeizukommen Weil wir fahren mit weniger Flügel In den letzten zwei Saisons Weiß ich noch, dass das die Achillesferse von uns war Die lange gerade Hier in Ungarn Das könnte dieses Jahr anders werden Aber mal schauen, was das Tempo von Hamilton ist So die letzten Schauendsten für ihn eigentlich noch auf die WM Aber dann müsste er mich schon in jedem Rennen eigentlich schlagen Also die WM ist durch In Baku hat er dir ein bisschen die Gelegenheit dazu In die Kommentare zu schreiben Wie wir die ganze Saison angehen sollen Beziehungsweise wie ich die angehen soll Die meisten haben schon geschrieben Machen eine Last First Andere haben wiederum geschrieben Schauen wie das von Rennschrecke zu Rennschrecke unterschiedlich ist Ich habe mir jetzt so ein bisschen gedacht Ja komm Großbritannien hat richtig Bock gemacht Entscheide das einfach selber Wie du einfach Bock hast Weil Großbritannien zum Beispiel in der Schrecke Da habe ich richtig viel Spaß Und Belgien und Italien Möchte ich eigentlich mal nicht von hinten scharten Weil das haben wir in den letzten zwei Saisons auch immer gemacht Und gerade die zwei Rennschrecken Wo ich einfach richtig Bock drauf habe Möchte ich einfach mal euch auch zeigen Wie weit man auch der KI wegfahren kann Weil das gehört zu einem letzten Mal auch ein bisschen dazu Und sobald wir den WM-Titel durch haben Dann wird das sowieso in der vierten Saison an der Last to First werden Per Livestream und 50% Das wird dann nochmal ein ganz anderes Kaleber Und da seid ihr auch so ein bisschen gefragt Bei der Last to First Saison per Livestream dann Welche extra Regeln wir uns quasi aufstellen werden Weil einer hat auch geschrieben Dass ich keine Upgrades mehr machen möchte Aber das möchte ich gar nicht Ich möchte das Auto so weit entwickeln Wie es eigentlich nur geht Am besten natürlich komplett Und komplett geht auch gleich das gesamte Skaterfeld Die Ampeln gehen an Der große Preis von Ungarn Möge beginnen Wird das der nächste Saisonsieg für uns oder nicht? Kimi kommt da ganz schlecht weg Fernando ist das sehr gut weggekommen Hin zu Kurve 1 Das war klar Dass mir irgendjemand in die Karre reinfährt Hamilton vorne geblieben Rai Kühnen ist jetzt auch neben uns Aber die Position Ja, die kann ich mir erobern Die von Kimi habe ich mir erobert Hamilton kann man nicht bekommen In der Anfangsphase Und ich glaube Verstappen ist mir so ein bisschen In die Karre reingefahren Ich glaube das war Verstappen Bin aber ziemlich unsicher Und jetzt mal die große Frage Können wir das Tempo von Hamilton mitgehen Oder müssen wir Das ganze Tribut zollen Ja, ein sehr guter Beginn Also irgendjemand ist mir dann in die Karre reingefahren Alonso ist es definitiv nicht gewesen Es kann eigentlich nur ein Red Bull sein Weil ein Red Bull sind dahinter gestartet Verstappen vermutlich einfach mal So, KI im Schlusssektor Bombemäßig stark unterwegs Rai Kühnen auf Position 3 Das ist die KI-Kurve hier Ja, und ganz klar ist das die KI-Kurve hier Dieser langsame Linksknick So, wir fahren hier 70 Runden Und Kimi ist dahinter Und verdann dort Position verloren Offensichtlich Der Position verloren Wichtig für mich ist eigentlich dranbleiben An Hamilton Da darf man eigentlich nicht wegziehen Ansonsten habe ich ein großes Problem Erster Sektor war so ein bisschen beinahe Alonso sogar noch P5 Sektor bestert, ganz klar Wir sind in Runde 2 Fahrer vor mir Auch 2, okay Ja, die Runde wird jetzt eigentlich entscheiden Und Kimi, der gibt Gas Kimi gibt Gas Und zwar richtig, wie der Gas gibt Hermit ist nicht schneller gefahren als wir Und Kimi auch nicht Und gelb Ist da schon jemand ausgeschieden Vettel raus zum Rennen Damit ist er nicht nur aus diesem Rennen Damit ist er auch raus aus dem WM-Kampf Hat auch einer unter Monaco geschrieben Ich sollte mal das Auto absichtlich in die Wand fahren Ähm, wenn es nur um die WM-Spannung geht Also das mache ich auf keinen Fall Also absichtlich mein Auto zu erschrotten Nein Das wird es bei mir nicht geben Weil Es ist nicht meine Aufgabe Dass ich technische Probleme bekomme So die Aufgabe von Codemasters Also ich fahre schon andere Gänge Jetzt mittlerweile hier in Ungarn Weil ich einfach merke, dass das besser ist Aber klar, ich muss immer das Benzin einsparen Eigentlich muss man in diese Kurve reinbremsen Aber kosten wir jagen hier wieder den Hamilton Nochmal eine schnellere Runde Auch beim Anbremsen Komme ich deutlich näher Ich arbeite dran Ich arbeite dran Also in Hamilton jagen wir in diesem Rennen Eigentlich müssen wir versuchen In der Box zu bekommen Ich kann das Teamkollege 23,7 Das Auto kann man schon so ein bisschen In die Kurven reinschmeißen Ja, den Helm mit dem müssen wir irgendwann bekommen Aber ich habe das Gefühl Ob der gerade mit schwer Letzte Kurve ist so eine Problemkurve Ja, da kommt der deutlich besser raus Also ich müsste richtig nah ran sein Dann würde es gehen Am Ausgang der letzten Kurve Da muss ich richtig nah dran sein Dann könnte ich da hinein bremsen Gegen Hamilton Ansonsten habe ich momentan kein Rezept gegen den Weil wir könnten schneller Also Hermin ist hier nicht gerade der schnellste Gerade Also Kimi drückt nämlich auch von hinten Er könnte auch schneller Zustand des Autos Also niedriger als erwartet Das ist gut Also weniger als Also besser als bei personalisiert So, hier müsste ich eigentlich dran sein Was ich aber leider nicht bin Weil hier sieht man Alter, da machen wir so viel Meter gut Weil da machen wir richtig Meter gut auf Hamilton Oder hier den Alonso Move auspacken Oh, das wird richtig schwer Alonso jetzt ist auf jeden Fall locker vierter Also der Schikaner ist jetzt sehr unruhig Aber wo hier in Ungarn überholen In der Box In der Box Eigentlich nur Ich muss es über die Boxen-Strategie machen So, jetzt haben wir schon mal nur noch Minus zwei Runden 3,9 Alonso fällt momentan schneller da hinten Ich sag ja Den Tempo dem darf ich hier nicht unterschätzen Also Alonso nicht unterschätzen Jetzt bin ich von meinem Bremspedal abgerutscht Ja, leck mich mal am Arsch Das ist mir ja noch nie passiert Oh je Also das hat ich noch nicht Bremspedal abgerutscht Das geht jemand im ersten Sektor Quiert aus zum Rennen Das habe ich jetzt die Position leider gekostet Also ich bin wirklich abgerutscht Das habe ich gemerkt Weil ich mal komplett mit dem Fuß drauf Boah, fahr rein bei mir 22,7 Ja gut, da werde ich jetzt nicht hinkommen Welche Sekunden hat mich der Spaß gekostet Ja, das Problem ist der Chemiker und den Hammett nicht wirklich ärgern Ja, ein Kleiderfahrbremser Aber kurz vorm Pedal abrutscht Ist tödlich Sektor besser Sektor besser Sektor besser ist im ersten Sektor Ist nicht gerade schwer für mich Müsste aber kostet nur dranbleiben Weil Hammond kann sich doch nicht absetzen Im Gegenteil Der Kimi kommt sogar näher ran Ja, also die Kurve Da habe ich kein Rezept Also wenn ich in der Kurve kein Rezept habe Um da dran zu bleiben Dann bleibe ich auch hier nicht am Ende dran Also wo ich die Zeit ganz klar verliere Ist in den letzten zwei Kurven Und das ist tödlich eigentlich Das heißt Gleichzeitig bin ich dort am angreifbarsten Also angreifbar Das ist nicht gut Ich bin auch absolut nicht zufrieden Wie mein Bremsbilder wirklich Schkeht Also das spüre ich schon Genau wegen sowas nehme ich weniger Benzin mit Dass jedes Kilogramm weniger Was ist mit dem MR recht Gleich hier spüren wir Deutlich die Dirty Air Oh Hammond ist da Kampflinie gefahren So komm Die fährt immer noch mit weniger Flügel Ja Kimi zeigt sich Und ich zeige Mein Freund wird gefasst im Heck Das Getriebe Von Kimi Also was sie Wie früh die Kurve 1 bremst Ist schon krass Range-Kategie Ja das halten die Reifen locker durch Ja jetzt ist so die Phase gekommen Wo ich ja schneller könnte Also ich könnte schneller Nee keine Chance Wobei wer nicht erwartet Nicht gewinnt oder Kimi sind vor Ein Kimi sind wir vorbei Soll ich jetzt aber die Position nicht nur mal hergeben Also Kimi haben wir wieder bekommen Da muss ich jetzt in der Kuchen perfekt fahren Und dann haben wir eine Chance Aber auch nur wirklich dann Der Chris hat zum Beispiel unter Barco geschrieben Dass die KI drei Runden auf Mager fährt Und drei Runden dann auf Fett Das ist mir auch ein bisschen aufgefallen Dass das so ein bisschen der Strategie war von der Ich dachte Hamilton biegt jetzt ab Ich komme nur ran Mehr komme ich an Hamilton nicht Alter wie ich hier rankomme Ich verbremse mich aber ich kriege trotzdem die Kurve Und das nur in Kurve 1 Und wir haben jetzt schon fast eine Runde wieder eingespart Mit dem Benzin Ich suche natürlich auch das Limit in Kurve 1 Hab sogar Kimi doch den Platz außen gelassen Jetzt gibt mir da der Hamilton doch schon ein bisschen die Chance Der Helmut ist mir zu langsam Der Helmut ist mir zu langsam Dann lassen wir das Auto reinrollen Und er gibt die Position auf Er gibt die Position auf Damit sind wir auf P1 Okay Also jetzt ist er ohne Großgegenwehr Okay Dass wir den in der Boxengasse überholen müssen Jetzt ist es eigentlich wie die sich hier abzusetzen Und ich kann mich auch direkt von Hamilton absetzen Was ist denn hier los Die Kurve die lerne ich nicht mehr Gleich spüren natürlich Helmut die Dirty Und ich nicht mehr Das merkt man gleich direkt Achtzehntel Und Alonso kommt auch von hinten So das Benzin haben wir noch genügend Zeit Das einzusparen So Sektor Bestzeit Ne das war wegen dem DS geschuldet Gucken ob ich es schaffe den Helmut aus dem Sekundenfenster rauszudrücken Dann hat Kimi vielleicht nochmal eine Chance Hat er sich in Ungarn so Konkurrenz wie ich bin Hätte ich auch nicht damit gerechnet Aber mir liegt das Auto momentan sehr gut im Handling So da reden wir jetzt gerade von der Sekunde Da hat Hamilton jetzt schon drauf bekommen von mir Also Hamilton geht momentan nicht das Tempo was er gehen müsste 2,8 Hätte auch wir ein bisschen was aufgeholt der Fernando Also Fernando holt auch ein bisschen was auf Ich war hier wirklich nicht viel Benzin Was ist jetzt passiert Der Reikön ist weg Der Reikön hat sich da wohl verbremst Oder ähnliches Vielleicht ein Duell mit Hamilton Damit ist jetzt Fernando auf die 3 Vorgefahren Also in Ungarn zu überholt Sehr schwer 1,9 hat der Hamilton jetzt Rücksstand Wenn ich da die ganze Kampfgruppe da sehe Im zweiten Sektor gerade Ich spüre nicht wirklich meine Reifen 1,7 und 2,9 Ansonsten kann ich wieder aus der Temenecke plaudern Bin gerade aber überlegen Wenn das Video hier kommt Seht ihr Läuft das schon die aktuelle Formel 1 Bin mir da jetzt gerade ziemlich unsicher Bin mir gerade ziemlich unsicher Das Auto das ist so geschmeidig fahren Also da brauche ich nichts wirklich mehr verbessern Eigentlich das Auto gefällt mir so wie es ist Also Hamilton kommt auch Ja er wird jetzt wieder näher herankommen In dieser Runde Also komm 1,8 ist jetzt kein Ruhekissen Teamkollege jetzt schon an der Box Okay Und Hamilton auch Okay wir müssen kontern Rentsch-Strategie Leit öffnen sich diese Runde Ja weil die beide kommen auch bei freier Fahrt raus Und wie die bei freier Fahrt raus kommen Okay Boah das jetzt erst mit einer 21,8 Boah da ist ja mal raus gekommen Eigentlich keine so gute In-Lab So Boxen-Stop Das war auch nicht so ganz am Limit Oder weil das wird jetzt knapp gegen die beiden Out und In-Lab Kimi fährt noch weiter Paris auf der 3 Jetzt habe ich ruhig schneller gehen können Paris ist aber auch abgebogen Und das sollte reichen Das sollte reichen auch für Auch gegen Hamilton Der kommt jetzt auf Skatenziel Und er fährt auf den Softreifen Also auf den langsamen Reifen Das war wichtig hier von vorne zu kommen Skate ist ihm Kollege Auch mit weich Also im Umkehrschluss fahren die jetzt mit den härteren Reifen Den mittesten Das wundert mich schon so ein bisschen Kann doch sein, dass sie nochmal den Softreifen fahren müssen Aber das glaube ich nicht so wirklich Da glaube ich nicht so wirklich dran Aber wichtig ist es Wichtig ist jetzt, dass ich mich absetze von Hamilton Mit dem schnelleren Reifen Gelb im zweiten Sektor Masse aus dem Rennen Damit ist das Problem graviert Ergibt auf Hammett ist On Fire Fahrer vor mir Und dass sie Irgendwie noch die Idee kommen Den Einstopp zu machen Nach dem, was Alonso in China gemacht hat Traue ich das jedem zu Was geht Masse Realisiert Ich kann mich kaum absetzen von Hamilton Das ist aber die schnellste Rennrunde Raken fällt auch auf den Softreifen weiter Also alle eine andere Strategie Außer ich hier Ich müsste mich jetzt absetzen können Eigentlich Also Kibi von den Top-Leuten Hier am spätesten drin Also hier ist noch nichts gegessen Der Rennsing muss erarbeitet werden Ich kann mich nicht absetzen von Hamilton Das gibt's doch nicht Jetzt sind wir von dem richtig schlecht Ja und im zweiten gibt er richtig Richtig Feuer Vorne links Bestimmt so ein bisschen die Rennstrategie Okay Eigentlich muss ich mich absetzen Ehrlich muss ich wegfahren können Kann auch so dass er jetzt auf Fett natürlich fährt Muss er eigentlich fast Also den ersten sind dann komplett Benzin gespart Und das war dann noch Aber dann Das war Mein Gott heute soll wieder schweres Deutsch hier Dann war aber der erste sind sein Todesurteil Hätte das Benzin lieber zum Schiff sparen sollen Als am Anfang des Rennens Aber selbst von der Fernando kann ich mich nicht absetzen Also das fehlt mir ein bisschen Speed 1,21,3 und Hammer wird 1,21,0 Es fehlt jetzt Speed Gut in der Kurve Da habe ich immer Untersteuern Da falle ich immer diesen weiten Bogen Ich fühle mich eigentlich schon wohl mit dem Reifensatz So ist es jetzt nicht Aber Man kann es nicht umsetzen Was gab es dem Kollegen? 21 Fehler für die gleichen Zeiten wie ich Der fährt die gleichen Zeiten wie ich Aber das mit einem anderen Reifensatz Das reicht bei weitem nicht Ja mitten Wir werden heute den Undercut Gegen Heimenden machen Trotzdem Den Trudy Train spiele ich hier nicht Der gibt ordentlich Stift der Heimenden Ja hier kommt der schon näher Aber dann hat er das gleiche Problem was ich auch hatte Dranbleiben Bei der letzte Kurve bietet sich da gar nicht für an Ja 3,3 Also wenn Hammond da mal deutlich näher dran ist Da habe ich Probleme Dass sie hier mit noch weniger Flügel fahren Das finde ich interessant Das finde ich so interessant Mit weniger Flügel Dass sie es schaffen Aber das Auto liegt gut bei mir Von dem her alles gut Man sieht aber auch wo Hammond dann wieder Zeit verliert KI-Analyse Teil 2 Oh schön rausgekommen Oh da vorne kommen schon die ersten Überrundungen Rundzeiten konstant Bei 1,21,3 Duellieren sie ja noch die beiden Saubers Och nö Ja ganz tolles Kino Das kann ich jetzt ganz gut gebrauchen Die beiden Ich hoffe dass sie mich Einer von den beiden auf der langen Geraden Jetzt gleich vorbei lässt Komm Alter Eriksson Geh doch in die Eisen Okay wir sind vorbei Aber der lässt gleich den Hammond auch passieren Deshalb habe ich den Wehrlein vor mir Und da hinten ist schon der nächste Ja Gott Ach du Kacke Oh Gott Der wird uns in der Schikane Platz machen Oder Ja Da hab ich mir fast gedacht Was ich quasi hier außen herum fahre Und guck ich so mit Hamilton Aber ich glaube da sind die Flügelteile von dem Sauber weggeflogen Also von Wehrlein Und nicht von Hamilton Außer damit muss ich so schnell abreißen lassen Nein glaube ich nicht Also wenn ich richtig gesehen habe Wann das die Teile von Vom Sauber Von Wehrlein Da muss jetzt auch noch Fernando gut durch Ne Wannen sie alle weiter Hallons hat sich mal mit den beiden Sauber erstmal duelliert Vor gut zwei Saisons Aber nicht hier Aber beim Benzin muss ich eigentlich nichts mehr sparen Da können wir eigentlich raus posauen Davon ist ein wenig Es wird es toll sein Master ist schon ausgeschieden Und Hammer ist doch ein paar Probleme mitzugehen Das Tempo Was mich jetzt so ein bisschen allerdings wundert Oder waren das wirklich von ihm Frontflügelteile Ich bin aber komplett unschuldig Wir können weiter Schön 1,21er Zeiten fahren Die Pace ist super Das Auto ist schön ausbalanciert Guter Motor Gute Aerodynamik Aber auch mittlerweile ein extrem gutes Chassis Ich glaube ich habe das gleiche machen Also hätte man schon zwei Sekunden rückstellt Ich glaube der hat schon einen Frontflügel geschaden Gleiches Spiel Gleiche Welle Und vorbei Weil wenn der Helmut wirklich den Frontflügel gestanden hat Dann kann er sich bei Wehrlein höchstpersönlich bedanken Und Toto Wolf auch Also deren Schützling macht hier Beim möglichen Rennsieg noch zunichter Oh Gott jetzt ist da auch noch gelb Betrifft aber nicht Helmut Und betrifft auch nicht Fernando Wahrscheinlich auch bei einer Überrundung 1,8 Und Alonso ist dran 2,7 Der hat das DRS Das Track Reduction System 1,8 Kategorie Du musst jetzt nur noch einmal stoppen Doch mein Boxenstopfenster öffnet sich in 10 Runden Boxenstopfenster öffnet sich in 10 Runden Mal schauen ob der Helmut in Formel wieder abbiegt Weil dann wird jetzt Dann wird der Vorsprung wieder wichtig sein Wir hatten beim ersten Stop 1,8 Sekunden Vorsprung Wir konnten den schön verwalten In der letzten Kurve lasse ich auch noch ein bisschen Zeit liegen 21,5 Für uns sein Van ist schon schwächer 3,0 Helmut hat ein Problem Helmut hat ein Problem Kann mir keiner erzählen dass der jetzt auf Mager fährt Helmut mit Problemen Ich tippe mal mit Frontflügel Problem Für die ich absolut nichts kann Ich hätte noch weniger Fancy mitnehmen können 3,7 4 Sekunden Selbst Alonso verdient es richtig Zeit Also das Getriebe muss hier ordentlich leiden 17% schon Okay Also Helmut hat hier deutlich Schön innen die Kurve fahren Dann klappt da alles super 21,6 Also die Reifen bault schon jetzt ab Und mein Teamkolleg ist vorbei an Fernando Ja genau Mein Teamkolleg ist vorbei an Fernando Man merkt dass ich heute nicht Heute nicht so ganz auf der Höhe bin Nein der ist vorbei an Hamilton Statt des Teamkolleges Ich hatte das Teamkolleges Gerade auf B2 So wo der Abstand zum Teamkolleg Hängt bei 4,5 Sekunden So fahren mit 1,5 Die letzte Rundenzeit Tag bei 1,22,8 Damit man schauen ob der dranbleiben kann oder nicht Halonso sehe ich jetzt als gefährlichen Gegner an Weil der kann jetzt Der müsste jetzt schon schneller können als ich Mit den Reifen 4,8 5,5 War da wirklich der Hamilton auf Mager unterwegs Rai Kühn jetzt auch vorbei an Hamilton Also haben wir dann richtig große Probleme Vettel ist schon draußen in der WM Also wird Bei Ferrari wieder Kimi mal Zum Zuge kommen Weil Kimi müsste jetzt Vettel überholt haben 5,3 Fahr rein Das ist Fernando hinter dir Der Abstand zum Meter Man beträgt 5,3 Sekunden Sie fahren mit einem weichen Eifen Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben Die letzte Rundenzeit lag bei 1,22,5 22,5 Der gibt auch nicht gerade wirklich Kette War keine kaum abkürzen Auf dieser Rennstrecke Ich war 21,7 Fahr rein Hinter mir 22,4 Wurde mich so ein bisschen Weil die Softs müsste eigentlich jetzt schneller sein Weil Karten kann man mir nicht groß vorwerfen Der verliert das alles im ersten Sektor Das ist eigentlich ein reiner Motorsektor Also der müsste auf Mager unterwegs sein Mit dem Auto Aber das ist ich dann gegen den Kimi-Verteidiger Hut ab Natürlich jetzt meine Chance mich hier abzusetzen Also Alonso wird definitiv nicht aufhalten Vielleicht hat das auch eh schon weitergegeben An Fernando Dann Teamkollege fällt gerade 21,6er Rundenzeiten Jetzt ist Reikön vorbeigegangen Nein, das ist nicht mehr aktuell 7,7 ist aktuell Es ist Kimi vorbei Fahr rein hinter mir Oder kommt das von dem Duell? Also von dem Duell da In den Anfang dritter Sektor Jetzt hat Kimi was aufgeholt Im ersten Sektor Boah, das Auto will jetzt so langsam rum Gelb im ersten Sektor gerade Ja, du hast zum Rennen Okay, hier scheinen aber viele Leute jetzt aus Und Ziftiger will mir jetzt in die Karten spielen Aber das gibt's nicht mehr Kimi dreht auf Und Alonso muss abreißen Lassen Okay, Kimi gibt es Richtigkeit 6,7 Fahrer hinter mir Aber jetzt hat er gesagt Bereit können Ja Ja Komma 3 Zeit, letzte Runde Halbe Sekunde Entweder hat Alonso auch einen Frontflügel schaden Was ich nicht weiß Oder fällt gerade wirklich auf Mager Weil eigentlich müsste das Softreifen schneller sein Deswegen verstehe ich die Zeiten von Kimi Kimi hat ein leicht besseres Auto Seine Reifen müssten leicht schneller sein Weil wir uns doch jetzt schon neun Sekunden Rückstand Und ich fahre weiter in 21 5er Runden Zeit Also der Reifen baut ab Aber wir werden gefühlt nicht langsamer Also man merkt auch hier den Sprung Den fahrerischen Sprung denke ich mal Bei der Wagen gefällt mir so wie aktuell Ist sehr gut Also seit Silverstone eigentlich Das Auto unterschören nicht mehr so arg Leichtes Überschören Das kann ich bändigen Perfekt Perfekter Fassi für mich Das Auto Oh Jetzt hat Kimi was verloren 7,9 Das sind Überrundungen im Spiel Es kam mal ne Frage auf Ob man die ganze Zeit nur mit Fett durchfahren kann Nein das geht nicht Also das geht gar nicht Du kannst nicht in dem Spiel komplett auf Fett fahren Das geht nicht Ordentlich wenn ich den Benzinverbrauch komplett upgradet Das geht nicht Dann verbrauchst du immer noch mehr Du müsstest eigentlich deutlich mehr Wenn sie mitnehmen Aber das kannst du vom Reklau her Vom Reklau her gar nicht mitnehmen Außerdem würde es unnötig Die MGUK belasten Deswegen ich eigentlich auch immer sage Fahrt am meisten auf Skandard Da war jetzt ein Fehler von meiner Seite drin Rennstrategie Wir machen heute noch ein Boxenstopp Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie Dein Boxenstoppfenster öffnet sich über nächste Runde Okay Bei den vorderen linken spüre ich schon Ab jetzt baut die Rundenzeit ab Fahr rein hinter mir Der holt da auf Also Kimi könnte den Schluss sind mit Supersoft fahren Bei Alonso bin ich mir da gar nicht so sicher Und bei Hamilton auch nicht Die müssten eigentlich nochmal rein 6,0 Also er holt am meisten im Schlusssektor auf Wir werden auch abbiegen Oh ja Wir werden abbiegen 5,8 Das sind jetzt glaube ich 13. gewesen Wir haben auch schon die Halbste des Rennens hinter uns Also hier auf die Köpse fahren Ist sehr rutschick Ja auch hier drüber zu brettern Das bringt keine Zeit Das war jetzt untersteuern Und zwar nicht gerade wenig Ja Kimi ist jetzt auf jeden Fall schneller Mal schauen wie ich mit den Softreifen zurechtkomme Ja Alonso verliert weiterhin Zeit Jetzt würden sich einige fragen Philipp musstest du so viel riskieren Ich wollte es riskieren Ich wollte es einfach mal riskieren wieder Ja Ich glaube da können wir auch bald ein Tutorial Wie perfektioniert man die Boxen Gassen Einfahrt Und bot ist auf der 5 Sollte mir gelingen Ein Fahrer vor mir Der musste ein Problem haben mit dem Auto Verstappen wird hinten Nebene 1,21,0 Man merkt hier einfach Dass der Motor nicht wirklich entscheidend ist Aktuell tue ich mich schwer mit dem Reifen Ja gut 30 Und muss ich damit fahren Sollte sich aber ausgehen Ich sehe die da vorne schon Paris ist auf der 5 Die Auto noch mal ein bisschen leichter machen Ich glaube das war gecutt Ja auf Paris haben wir einen riesen Vorsprung Also der Soft hat vorne auch nicht so viel Grip Kostet im richtig Ich liebe gerade dieses Auto Ich genieße das Auto so ein bisschen auch Was einfach geil zu fahren ist Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen Ja das fährt Kimi da vorne auch nicht Jetzt optimal Das Optimum hier rausholen Weil ich sehe davon die beiden schon Alonso und Und Hamilton Und Hamilton Oh das ist deutlich schneller Und nochmal was rausgefahren Mit dem Softreifen sollte man auch nicht langsamer werden Beziehungsweise mit dem Superstar bin ich nicht langsamer wirklich geworden Nur wo er radikal abgebaut hat Da ja Zwei Sekunden Zwei Sekunden Fahrer vor mir Komma 3 Ja das davon ist nicht Kimi Na ja sie wollen die dann von Flügel Schaden aus bei Hamilton Na ja Dann fährt die Kurven zu sauber Weil das ist doch die Pace Allonso bringt ab Gute Entscheidung Oh mein Gott wie alter Ja ich bin da schon deutlich später auf der Bremse Kriege ich die Kurve ohne Probleme Fahrer vor mir Was Ja dann haben wir ein Problem Also Also ist der Kimi da schon Jetzt elf Sekunde rausgefallen Auf meinen Team Kollegen Und wir haben Hamilton quasi jetzt nochmal überholt Das kann ich mir bald gar nicht vorstellen Aber in den Kurven sah der nicht so langsam aus Weil eigentlich müsste er spinnen in den langsamen In den schnellen Kurven Da müssen wir es eigentlich deutlich Ist ja nicht hier bei so einer Kurve Was gab es dem Kollegen Neun Weichen Okay so Der fährt super soft 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 Okay Hamilton fährt weiter Jetzt muss er noch so richtig angasen Für das Podium Also bei Chemikalien Ich muss mir vorstellen Dass der nochmal sagt Ich gehe nochmal auf die Superstopp treiben Das könnte ich mir durchaus vorstellen Gelb Mag Lust aus dem Rennen Also hier scheinen gerade viele aus Fünf Fahrzeuge in Ungarn 11,1 Aber wer kommt denn da aus der Box Science Science haben wir jetzt auch schon überrundet Wir haben jetzt den 10 platzierten schon überrundet Das zeigt einfach mal die Ja Puppteil der McLaren geworden ist Okay der Abstand zum Hintermann beträgt 3,7 Sekunden Also der Palmer hält mich eigentlich auf Aber er macht auch keinen Platz Aber er macht auch keinen Platz Oh schön mit dem leichten Wagen Na ja Aber ich habe auch schon Probleme mit dem Palmer hier zu folgen Die Dini war gewollt eigentlich gegen Palmer Ich hatte es im kollega Der war jetzt sogar noch Zeit gegen mich Also immer stimmt mit dem Alonso mit dem Hemmeln Das könnte mir nicht erzählen Weil nur Kimi fährt die Zeiten wie ich Kimi fährt sogar jetzt schneller als ich Also auf den Softreifen da fehlt mir sogar ein bisschen Speed Und Helmin verliert nach wie vor Zeit Fahrer vor mir Zu wenig Ja gegen mein Teamkollegen reicht's Aber nicht gegen Kimi 10,8 Der geht auf die Supersoft nochmal zum Schluss Der war es genau umgekehrt Ich habe den ersten Sinn noch deutlich in die Länge gezogen Der gute Herr Kimi 10,6 Ich weiß nicht was man hier in der Boxengasse verliert 10,6 Der müsste der 21er Zeit gefahren sein So Benzin können wir auch ein bisschen mehr verblasen Da sind wir jetzt auch gleich bei plus minus 1 Plus minus 0 Runden Also raus damit Richtig am besten Sektor und Bestzeit hinknallen Aber der Helmin hat ein Problem Der Helmin hat ein Problem 7,1 Das ist nicht mehr normal Was der Knabe gegen mich verliert 10,2 auf Kimi Und 7,8 auf Hamilton Und der muss doch mal abbiegen 10,3 Stückchen für Stückchen Radieren wir das jetzt runter Jetzt habe ich das Menschen schon wieder eingespart Also ja Das sieht man mal ganz einfach Dass man Benzinsparen Upgrades wirklich nicht mehr machen muss Das erreichen wirklich die kleinen Weil es trenziert sich auch nicht Als mehr Benzin mit so einem Moffett zu fahren Das trenziert sich nicht 10,6 Fahrer vor mir Ja der Witter ist auch gleich machen Also wenn er nochmal einen frischen Reinsatz hat Dann wird er das gleich machen Und auf die Supersoft Reifen gehen Und dann wird er richtig angasen Die Sekunde kann aber auch schon sein Dass das die Reifen sind Aber ne Kann nicht sein Der Kimi müsste dann auch mehr verlieren Oh schön Corrigiert den Fehler Haben wir aber Zeit gekostet gegen Kimi Also ich muss gegen Kimi schon echt am Limit fahren Das hat fast der Raiko auch schon rausgefahren Nimmst Stop Kimi ja jetzt an der Box Und Supersoft Reifen Alles richtig So der wird jetzt richtig Gummi geben Mit dem Reifen Und wir sind schon bei der 20% Höhe angekommen Aber wird jetzt drei Überrundungen dazwischen haben Jetzt habe ich die langsame Steckes Tor schon wieder vor mir Okay 9 Sekunden Also 19 Sekunden hat er ca. verloren in der Box Corrigiert den Devil ran Perfekt Stroll Dankeschön 8,2 Der hat 8 Zehntel allein im Mitte der Lauf geholt Da werden 90er Zeiten kommen 7,4 Trotzdem rankommen Das eine vorbei Das andere Habit auf Supersoft ist nochmal unterwegs Und Alonso vorbei Sehr schön Für die beiden McClans wird es jetzt eine Mammutaufgabe Scheinbar hat Kimi überrundungstress Gelbe Schlage Wieso Wer steht da Ich bin schärter und nicht abgeholt Perfekt schon wieder sehr schön Alter 6,7 Der radiert das weg 20,3 7,1 Und keine schnellste Rennrunde von Kimi Fahrer hinter mir 20,0 Hat der 13. Nur aufgeholt Und das meine ich damit Deswegen bevorzuge ich es nicht die Supersoft Zum Ende zu fahren Weil er hat keine schnellste Rennung hinlegen können 6,2 Ach der gute Wehrlein 20,5 Mal gucken was er jetzt gleich fährt 19,4 Das ist eine Sekunde 1,1 Um ganz genau zu sein Das kostet mich jetzt nur noch 10 Zeit Zeit und vor allen Dingen Nerven So außen der Robobar Kimi hat er jetzt 2 Sekunden durch gewonnen Ok Ah der Okon kommt auch noch von hinten Jo Ist der auf P5? Habe ich das richtig gelesen? Nee P8 Okay P5 kann gar nicht sein eigentlich Aber das wäre jetzt schon krass gewesen Ja du Kong Der wird gerade aber auch schneller als ich Ich habe zu viel mitnehmen Auto wird unruhig Nicht gut Ja du Kong kann schneller Ja Der kann schneller Ich gehe mal davon aus Dass er auch dieses Supersoft Reifen drauf hat Ja das war rot markiert Aber jetzt nervt der auch noch Ja komm fahr vorbei und fahr weg ey Also entweder so oder gar nicht Weil das ist nur eine Nervensäger Doch Kong Genau wie der Ericsson hier vorne Tja irgendwann wird der Kimi Sagen Okon mach mal Platz Ja Ericsson macht das hier wieder Oh das bringt mir Zeit Oh ja das bringt mir richtig viel Zeit sogar Ja 3 Sekunden Das Gemütze hat mir da jetzt Zeit gebracht Gelb im Schlusssektor Was steht wieder einer Der holt eine halbe Sekunde im ersten Sektor auf Ok Aber der Kong ist immer noch davor Das muss Grafen hageln Jetzt für Kong Ohne G am Ende Ich kann kein Französisch Ich hasse Französisch Zurück hatte ich es nicht in der Schule Also Kim ich warte auf dich 2,0 nix aufgeholt Seine Reifen müsste er nicht Obwohl die können es auch schon langsamer sein Ok der Abstand zum Metermann beträgt 2,7 Sekunden Also ich war ja gerade am absoluten Limber Aber das macht gerade richtig Fun wieder Oh Gott 2,2 Der holt im Mitte Teil alles auf Ok das meint der ist auch noch kaputt Oh das interessiert mich auch gerade Das brauche ich auch gerade Alter 1,6 hat 1,3 Sekunden wieder wegradiert Also meine Pace im zweiten Sinn war nicht optimal Also die mit den Supersoft-Reifen Wo er mit dem Druck ausüben konnte Obwohl auf älteren Reifen waren Und auf schlechteren Das war so mein Stint Wo es angefangen hat Schlechter zu werden Jetzt haben wir noch gleich noch 10 Runden Das ist dein Kollege 1,20,4 Und jetzt hat der Druck Jetzt übt der Druck aus Der gute Chemie Weil jetzt ist er dran Aber nur dran Die muss jetzt mal vorbeikommen Ok also hier muss ich auch schon aufpassen Den Berg hinauf Oh da greift man normalerweise auch nicht an Ich hab jetzt so einen Reifenverschleiß Mit dem Ding an hier Ich hab jetzt hier noch weniger Flügel fahren müssen Oh je Oh je Kimi macht ernst Da verbremst er sich Und ich hab eigentlich beschissenen Exit Oh zweimal hochschalten wollte ich eigentlich nicht Aber ich hab's gemacht Philipp Kimi hast du schon einmal vorbeigelassen heute Ungewollt Oh je Oh je Oh je Oh je Wieder gelb Im ersten Sekte diesmal Keine wohl jemanden Platten Naja es muss ein Plattfuß sein Also ich passiert eigentlich viel außerhalb Wo ich nicht dran beteiligt bin Da passiert viel Reicht nicht Kann sein dass er wieder auf Marga unterwegs ist Der gute Kimi Jo Vorhin hat er wieder mehr Druck gemacht Gefällt mir gar nicht Da vorne ist der langsame Das ist sogar ein Red Bull Tuch mal eingefallen Genau Halt dich aus allem raus Verstappen Damit hat Okok eine Position geschenkt bekommen Ich hoffe dass der Alonso da kein Mist baut Das ist nur Potential jetzt Meine Hinterreifen lassen nach Schönes Untersteuern Ok Kimi habe ich aus dem Platz gelassen Teamkollege ist vorbei Anfestappen Also zum Schluss kommt nochmal Spannung auf 4 Puh Das ist hier gegen Kimi Fallig nicht gedacht Gegen Hammett noch er We're too real Oh da fahre ich Kimi schön in die Seite rein Das ist eine Manöver war grenzwertig Aber ich habe mich dann natürlich den Platz auch gelassen außen Also ich habe mich natürlich nicht verhungern lassen Also die Chance hat er schon gehabt Der gute Kimi Also er verstoppert mich richtig irritiert Aber diese Linkskurve Das ist ja so Extrem scheiße zum Anbremsen So rutscht er sehr schnell in den Gegner rein Kann man mehr ankreiden? Ja Dafür habe ich aber dann Kimi Die nächsten zwei Kurven Den Platz gelassen Selbst da oben links die Ecke war Grenzwertig von beiden Das hätte auch ganz anders ausgehen können Das ist die Lämme begann schon in Kurve 1 Weil ich irritiert war vom Verstoppen Und ich will einfach den nächsten Fehler Oh mein Gott Der kann überholen wenn er will Aber das könnt ihr dann wieder entscheiden Ob er das zu hart fandet oder grenzwertig Also ich habe ihm die Chance gelassen Und das ist das was zählt Wenn Kimi mich an die Abträgen wollte Mit der Kurve 1 Das ist sowieso so eine Geschichte Aber das möchte man ja auch irgendwo sehen oder? Also erst mit der Kurve 1 die Karre gefahren Und ich mit der Kurve 2 Eigentlich alles gut Würde man immer Pferd an sagen Und so Der dreht nochmal richtig auf Der Kimi Also den Toody Train spiele ich heute nicht hier Wobei es den Anschein hat Der Account kann folgen und folgen und folgen Und das ist das Schlimme da dran Das ist gerade das Sim-Kollege Der hört auch nicht richtig auf Der hört auch nicht wirklich auf Zeitletzte Runde Wow wieder sehr weit draußen Ja komm Kimi Ich habe eigentlich schon gesagt Wo ich hin will Kampflinie Noch zwei Runden hat er Zeit Und ich muss irgendwo Benzin sparen Aber in der Verwarnung für die Kollision habe ich nicht bekommen Also für die Rennleitung war alles in Ordnung Wie gesagt Er in Kurve 1 Ich in Kurve 2 Alles klar passt Dann fair Platz gelassen Er und ich Also von dem her würde ich sagen Es ging in Ordnung Oh was aber ein Auto mittlerweile mit Man macht das nicht mehr in Ordnung Oh Kimi hat er später gebremst Oh das sieht sich aber hinter mir ein Und dann fährt er wieder die weite Linie So wenn du das hier versuchst Kimi dann hast du einen Dachschaden So höhere Gänge Oh den Körper sollte man echt meiden Gut ein bisschen ins Minus kann ich rutschen Guter Exit Das ist deine letzte Runde Die letzte Runde des Rennens Ja zu guter Exit für Kimi Zu guter Zu guter Ausgang Ja das war's Moment Hier war noch die Kurve Dann sage ich das war's Jetzt sage ich das war's Aber jetzt kein Bock Mist mehr schieße War's das Aber da käme noch mal ordentlich Druck gemacht Fehler von meiner Seite Fehler von Ja gut von der Rennsch-Kategie Würde ich jetzt keine Fehler sagen Aber ey alter Platz 1 und Platz 3 Wäre super Wäre ein Traumergebnis Vor allem Ungarn ein Pflaster was ich nicht so gerne mag Aber wir beenden es als Rennsieger Aber wir schauen uns trotzdem natürlich die Szene mit Kimi an Meiner Meinung nach Ja hart aber Hart an der Grenze Zum Unfairen Fahre letzte Kurve Das ist der geilste Sieg in Ungarn Es ist ein Sieg Jawoll Yes Baby Der Preis gehört mir Harter Fight gegen Kimi Ralkön Was war aber mit Hamilton und Alonso los Diese Fragen Die müssen wir auf jeden Fall Noch klären Bei den Highlights zumindest Aber das Highlight ist Ohnehin Zwei McLaren Honda Mal wieder auf dem Podium Nicht nur der Fahrertitel Scheinen in trockenen Tüchern zu sein Nein auch der Konstrukteurs Titel Und das war ja auch unser Ziel Für Saison 3 Kreuz zum natürlich wieder mal eine Ohrfeige Für den Teamkollegen M. McLaren Dienst unterwegs Fernando Alonso Nico Hürgenberg freut sich über einen achten Platz Das sind vier wichtige Punkte natürlich auch Für Renault Ein deutscher Einfenne Und ein Spanier auf dem Podium Und Alonso applaudiert auch da oben Ja so oft waren wir noch gar nicht zu zweit da oben Ich und Alonso Ne so oft waren wir da oben wirklich noch nicht Auf jeden Fall Sieg und dritter Platz So muss das sein Da kann Ereboi Schkolz auf sein Team sein Und ich auch auf mein Fahrzeug Denn das macht richtig richtig Bock mittlerweile zu fahren Und wir haben Ungarn hinter uns Darüber bin ich noch froher als ohnehin schon Und am Ende auf meinen Teamkollegen 17,6 Sekunden rausgefahren Hamilton 29,0 Da kam sogar der Valtteri Bottas nochmal ran Und er ist ein Stopp mehr gefahren Von der schnellsten Rennung der Hamilton Mit einer 9,9 Genauso wie Fernando und Kimi War der schnellste Mit einer 19,1 Wahnsinn Wahnsinn Alle überrundet Bis auf die ersten sechs Okay Zeigt auch schon mal Die 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 Macht Der Top Teams hier Von Mercedes Ferrari World Bull eigentlich auch Aber die sind heute komplett abgeschlagen Wirklich komplett abgeschlagen Die beiden Red Bulls Sowohl Daniel Ricciardo Als auch Max Verstappen Sehen wir nicht in den Top Ten Dafür sehen wir zwei Renault-Fahrer Zum Beispiel in den Top Ten Aber gehen wir mal komplett durch Wir gewinnen vor Kimi, Raikönnen Und Fernando Alonso Los damit Mit am Ende vierter Bottas auf der 5 Von 9 auf die 5 Gute Aufreicht von ihm Beres landet auf der 6 Okong Der war lange Zeit hinter uns Konnte auch schneller fahren Seht man an der schätzten Rennung Und 19,7 Auf Position 7 Auch am Ende Nico Hülgenberg Holt wichtige Punkte für Renault Auch Carlos Sainz im Tor Holt gute zwei Punkte Für Toros Und Jordan Palmer Holt hier den letzten Verbleibenden Punkt Auch Haas Geht hier komplett leer aus Denn ausgeschieden sind fünf Fahrer Und zwar Kevin Magnussen Daniel Ricciardo Philippe Massa Daniel Kwiat Und Sebastian Vettel Da war einiges doch geboten Aber nicht nur Aber nicht bei uns Sondern er bei der Konkurrenz Aber ob wir das uns Bei den Highlights anschauen Ich weiß nicht so recht Es gibt noch einiges Bei uns Was wir noch aufzuarbeiten haben Hier bei den Highlights Aber wir fangen mal wieder Chronologisch an Und zwar Beim Skat Wo wir den Kimi Raikön Überholen konnten In Kurve Nummer 2 Natürlich auch in Kurve 1 Gab es eine Berührung Und zwar wirklich mit dem Red Bull Fahrer Max Verstappen Der war hinter uns Wir sind ein bisschen zu früh In die Eisen gegangen Für die Konkurrenz Konnten uns aber In Kurve 2 Ich sage auch mal Verstappen Kurve jetzt dazu Uns in den Reihen bremsen Gegen Kimi Raikön Der Skat aus der Sicht Von Fernando Alonso Das zeigt erstmal Dass Raikön Wirklich schlechter wegkommt Alonso kommt besser weg Als wir Muss aber diesen Linksschwenker machen Weswegen er Beschleunigung verliert Und da sieht man es Bei Heidel auch So ein bisschen Alonso auf Er bremst ungefähr In der gleichen Ecke Wo ich auch bremse Und da hat Alonso Den Platz auch gegen Max Verstappen In der Angstmachsphase Verloren Er musste sich dann noch Gegen den Sergio Perez Hier außen wehren Währenddessen sehen wir Vorne Unser Überholmanöver Tja Hat der Max Verstappen Dein Frontflügeschaden Sich eingefahren Oder nicht Bei der Berührung Vor Kurve Nummer 1 Die Auflösung Sehen wir hier Und zwar Nein Moving an der Böcke Möchte ich mir auch Auf jeden Fall Da nicht unterscheiden Skatgetümmel Das würde ich Auf jeden Fall Nicht dazu einordnen Der Frontflügel Blieb dran Die Sicht von Sergio Perez Hier sieht man Ne Esteban Ocon Sorry Das müsste Esteban Ocon sein Der kommt besser weg Als Sebastian Vettel Und Der ein Der eine Überkehrung Kann hier dann Schön innen rein Skechen Gegen Alonso Riskiert die Berührung Hat aber dann am Ende Doch das Nachsehen Gegen Unseren Teamkollegen Fernando Alonso Eine Sicht beim Skat Hab ich dann noch Für euch Und zwar Die Sicht von Valtteri Bottas Und zwar Ein bisschen weiter hinten Und zwar Hinter dem Forst India Da sieht man Der zieht gerade rüber Doch das war es Sergio Perez Entschuldigung Mein Fehler Und Bottas Hier schön im Sandwich Zwischen Sebastian Vettel Und Daniel Ricciardo Aber auch hier Sieht man ganz klar Dass Bottas Früher Gebremst hat Und schöner Schöne Divebomb Von Sergio Perez Das Brems Bremspedal Bei mir Das nutzte Kimi Raikön Sofort Eiskalt Aus Zu Glück Ist da Asphalt Asphaltzone Daniel Quirt Muss das Auto Dann ebenfalls Abstellen Das Auto Wollte dann Auch nicht mehr So wirklich Denn den Raikön Wollten wir uns Schnappen Wir mussten In der letzten Kurve relativ Nah dran sein Damit wir Anbremsen können Deutlich später Anbremsen können Als unsere Konkurrenz Das konnten wir Auch Das haben wir Während des Rennens Ja festgestellt Und haben dann Einfach mal Reingehalten Und haben auch Den Schaltepunkt Ohne Probleme Getroffen Und abgekürzt War das Ganze Auch nicht Das Rad ist Gerade so Noch Drauf Wunderschön Ein paar Runden Später war der Hamilton Aber auch fällig Denn der hatte Auch keinen Der ist zur Verfügung Schön innen Reingebremst Schön außen Wenig Platz gelassen Aber eigentlich genug Für Louis da mitten Das sieht man Jetzt ganz schön Da sind wir gerade Innen Und ja Auf jeden Fall Anbiet ich den Die Wagenlänge Da Platz gelassen Schön das Auto Reingerollt Eine kleine Divebomb Aber alles Ohne Probleme Probleme gab es Dann bei dem nächsten Fahrer Nämlich bei Philippe Massa Auch der musste Das Auto Abschkellen Die größeren Probleme Ja die muss Da Mercedes Mal ein bisschen Mit Werlein lösen Denn das ging Eigentlich gar nicht Hier Hamilton Ist beim Überrunden Und Werlein Fährt da Oder macht da Nicht wirklich Platz Und Hamilton Hat sich dort Den Frontflügel Angefahren Alonso Hat sich dann Den Frontflügel An Hamilton Abgefahren Nämlich in Kurve Nummer Zwei Und Da muss Ich Schon Sagen Helmut Macht Ja Auf Jedenfall Kleinen Fehler Dass Er zurück Auf Die Dial Linie Will Und Alonso Möchte Natürlich Die Chance Nutzen Da In Die Lücke Rein Zu Schrechen Daniel Schreit Ebenfalls Aus Erinnert Sehr An Die Echte Formel Eins Die Schrelle Und Dann Kevin Magnussen Rollt Dann Ebenfalls Aus Plattfuß Bei Max Verstappen Sehr Sehr Ärgerlich Nämlich Das War Nach Kurve Nummer Eins Und Dann Glaube Ich Die Streit Frage In Diesem Rennen Gegen Kimi Ralkön Haben Wir Uns Verteidigen Müssten In Den Letzten Runden War Da Alles Fair Oder War Nicht Alles Fair Musste Man Da Ja Müsste Man Da Eingreifen Und Im Nachhinein Sagen Da War Nichts Fair Wir Sehen Das Ganze Mal Von Außen Kamera Und Da Gehen Wir In Die Analyse Rein Und Da Könnt Ihr Auch Gerne Eure Meinung Dazu In die Kommentare Schreiben Also Wir Bremsen An Verbremsen Und Treffen Schaltepunkt Nicht Kimi Ralkön Fährt Mir Hier Dann Schön In Die Hand Also Kimi Hättet Wir Auf jeden Fall Platz Lassen Noch Müssen Dann Kommen Wir Wir Schrechen Da Eiskalt Rein Geben Aber Ein Bisschen Auch Kimi Nochmal Die Chance Zum Kontern Hier Wiederum Lässt Er Mit dem Platz Und Dann Geht Es Hier Hoch Zur Schnellen Linkskurve Und Das Ist Dann Die Spannende Frage Nachher Davor Würde Ich Und Dann Fahren Wir Hoch Und Jetzt Kommen Das Entscheidende Wer Hättet Die Nase Vorn Also Ich Kürze Ganz Klar Zu Sehen Die Kurve Ab Da Wollen Wir Gar Nicht Darüber Diskutieren Die Zweite Frage Die Ich Hätte Ich Die Kurve Bekommen Wenn Kimi Rai Hat Kimi Rai Genug Platz Gelassen Was Mir Auch Auffällt Ist Dass Kimi Die Schrecke Auch Verlässt Das Bedeutet Ich Habe Ein Vergehen Und Zwar Dass Ich Ab Kürz Innen Und Kimi Das Andere Vergehen Dass Er Am Ausgang Ja Auch Die Kollision Natürlich Vermeiden Möchte Von Dem Her Würde Ich Im Ende Fakt Sagen Geht Das Eigentlich Noch In Ordnung Und Das War Dann Racing Sehr Hartes Racing Hart An Der Grenze Aber Ich Wurde Noch Gerade So Sagen Zum Gerade Doch Vorbeilassen Müssen Kimi Wollte Nicht Vorbei Nachdem Uns Doch Mal Kurve 2 Verbremst Haben Das Bedeutet Für Uns Ganz Klar Der Rennsieg Und Eine Sichere WM Mittlerweile In Der Fahrer WM Sind 99 Punkte Vorsprung Auf Louis Hamlet Also Die WM Ganz Off Eigentlich Doch Komplett Durch Kimi Am Ende Auf Position 3 Und Fernando Lons Auf Position 7 Kommt Aber Wieder Denn Sergio Peres Ein Bisschen Näher In der Konstruterswertung Führen wir Nach wie vor Mit 83 Punkten Vorsprung Und Reno Hat Mal Hier Wieder Mal Hass Überholt Ansonsten Gibt es Nicht Mehr Viel Zu Sagen Deswegen Verlassen Wir Das Schöne Rennen Hier In Ungarn War Doch Was Geboten Für Euch Gerade Die Letzten Runden Da War Was Geboten Aber Wir Wollen Erst Mal Was Ein Snacken Richtig Die Dicken Fetten Ressourcen Punkte Richtig Und Das Liebe Ich Ja Immer So Die Geilen Ressourcen Punkte Und Zwar Da Haben Wir 856 Ressourcen Punkte Übrig Ja Ja Das Ist Ja Lächerlich Dass Wir Da Quirt Haben Da Schreien Wir Natürlich Auch Wieder Im Ansehen Das Können Wir Auch Gerne Noch Mit Nimm Die Karriere Punkte Jetzt Ist Aber Die Große Frage Wir Haben Jetzt 856 Ressourcen Punkte Was Machen Wir Damit Also Wir Gehen Jetzt Mal Im Schlimmsten Fall Aus Das Ding Geht Schief Dann Kostet Mich Das Ganze Dann Nochmal 450 Ressourcen Punkte Wäre Aber Dann Spätestens In Belgien Fertig Okay Das Bedeutet Im Umgeschluss Wenn Ich Jetzt Ein Teil Entwickel Ähm Sei Es Jetzt Chassis Oder Aerotynamik Kostet Mich Das Ganze Minimum 600 Ressourcen Punkt Das Bedeutet Ich Hätte 256 Ressourcen Punkt Übrig Davon Müsste Ich 45 Ressourcen Punkte Opfern Das Bedeutet Im Großen Und Ganzen Wenn Das Ding Schief Geht Habe Ich Ein Problem Jetzt Natürlich Die Große Frage Was Tun Wir Wir Könnten Auch Anfangen Mal In Die Skrapazierfähigkeit Zu Investieren Zum Beispiel Verbrennungs Motor Warum Denke Ich Darüber Jetzt Ganz Einfach Nach Ich Denke Jetzt Einfach Darüber Deswegen Nach Weil Ich Eigentlich Die Saison Nicht Gerne Last First Beenden Möchte Und Das Große Hauptthema Ist Eigentlich Unser Getriebe Das Hat Momentan 23 Prozent Runter 70 Prozent Ist Die Schmerz Grenze Und Auch Bei den Motoren Wir Haben Komponente 5 Drinnen Die Kann Ich Maximal In Singapur Benutzen Wo Die Motorleistung Nicht Ganz So Entscheidend Ist Komponente 6 Geht Kaum Noch Sechs Rennen Ne Okay Weil Dann Wird Das Extrem Ja Hart Ohne Teil Oder Nochmal Ohne Eine Kraftversetzung In Kauf Zu Nehmen Weil Ich Möchte Es Eigentlich Zum Beispiel Nicht Gerne In Bergen Und Italien Von Ganz Hinten Skarten Weil Das Hatte Ich Jetzt Die Letzten Zwei Saisons Und Ich Möchte Auch Einfach Mal Momentan So Bisschen Den McLaren Honda Genießen Auch Ungarn War Jetzt Nicht Gerade Einfach Für Mich Deswegen Möchte Auch Ein bisschen Die Schrapazierfähigkeit Investieren Das Bedeutet Wir Wird Auch Nicht Mehr So Ganz Schnell Entwickeln Das Kommt Auch Noch Zum Tragen Deswegen Bin Ich Am Überlegen Ob Ich Das Wäre Nicht So Das Große Problem 100 Ressourcen Punkte So Schnell Aufzuholen Das War Jetzt So Bisschen Mein Gedankengang Dahinter Weil Sonst Ich Möchte Die Saison Ganz Normal Beenden Punkt Aus Fertig Ganz Normal Ich Möchte Einfach Mal Die Saison Dominieren Weil Eine Saison Dominieren Haben Wir Bisher Nicht Fast Gar Nicht Und Gerade Die Dritte Saison Bietet Sich Eigentlich Dafür Noch Perfekt An Und Gerade Auch Ungarn Hat Gezeigt Es Nicht Ganz So Langweilig Und Wie gesagt Ich Möchte Einfach Mal Meine Zwei Lieblings Schrecken Belgien Italien Nicht Von Hinten Skarten Das Ist Einfach Auch So So Kritikpunkt Meiner Seite Immer Weil Ich Langsamer Das Ganze Möchte Ich Jetzt Mit Euch Auch Einfach Mal Entwickeln Das Bedeutet Die Nächsten 500 Ressourcen Punkte Könnte Ich Falls Das Teil Hier Schief Geht In Das Getriebe Investieren Gut Italien Scheint Ist So So Es Uns Auf Jeden Fall Gelingen Mit Diesen Acht Teilen Durch Zu Kommen Das Auf Jeden Fall Deswegen Habe Ich Das Einfach Mal Mit Euch Gemacht Und Deswegen Möchte Ich Auch Einfach Mit Euch Ganz Schnell Nochmal Die Komponenten Tauschen Für Das Freie Training Dann In Belgien Was Haben Wir Den Hier Runter Okay Da Können Das Auch Nehmen 24 26 Prozent Okay Energiespeicher Ist Auch Ein Thema Der Turbolader Den Lasse Ich Mal Drin Und Die Schleudelektronen Lasse Ich Auch Mal Drin Obwohl Ich Muss Eigentlich Muss Ich Nicht Meine Komponenten 4 Sparen Ja Na Komm Dann Sparen Wir Auch Nicht Wir Haben Die Hälfte Der Saison Was Soll Es Reichen Ja Das Sollte Auch Reichen Bis Zum Ende 24 Damit Fahren Wir Auch Nochmal Nochmal Vier Neue Teile Das Hätten Auch Nochmal Drei Rennen Minimum Also Das Sollte Eigentlich Alles Kein Problem Hier Darstellen Für Uns Ne Also Mit Acht Teilen Kommen Wir Auf Jeden Fall Nur Durch Nur Der Verbrennungsmotor Wird Kritisch Geworden Deswegen Habe Ich Jetzt Nochmal Da Investiert Auf nach Belgien Ich Habe Es Befürchtet Ich Habe Es Echt Befürchtet Also Im Chassis Bereich Geht Deutlich Mehr Schief Als Zum Beispiel In der Erodynamik Oder Auch Beim Motor Also Das Merke Ich Schon Ja Die Entwicklung Ist Fehlgeschlagen 450 Kostet Mich Das Ganze Aber Verbrennungsmotor Ist Geglückt Und Wir Kriegen Sponsoren Bonus Ja Gut Das Schält Die Situation Natürlich Wie Ein Bisschen Anders Da Alter Das Schält Die Situation Komplett Anders Da Wisst Warum 100 Ressourcen Punkte Abgequert Hat Nur Sauber Und Tor Rosso Weil Jetzt Könnte Ich Euch Das Chassis Können Wir Gleich Bestätigen Und Jetzt Haben Wir 656 Ressourcen Punkte Übrig Und Könnten Quasi Weiter In Die Skrapazierfähigkeit Investieren In Das Getriebe Ausbaus Stufe 2 Das Machen Wir Einfach Mal Mit Da Alle Komponenten Am Getriebe Wird Um Weitere 12,5 Prozent Reduziert Das Nehmen Wir Auch Noch Dann Fürs Nächste Mal Mit Und Dann Haben Wir Dann Immer Noch Genügend Ressourcen Punkte Dann Uns Zusammensparen Für Ein Weiteres Upgrade Im Chassé Zum Beispiel Bei der Gewichtsumverteilung Oder Auch Beim Reifenversteiß Dieser Spursorenbonus Kommt Eigentlich Genau Zur Richtigen Zeit Am Richtigen Ort Würde Ich Sagen Und Das Finde Ich Gar Nicht Mal So Verkehrt Abgegangen Wie gesagt Hat keiner Der Top Teams Das Bedeutet Dann Könnten Wir Schon In Italien Das Stärkste Auto Haben Und Ich Hoffe Ihr Freut Euch Genauso Wie Ich Darauf Und Sage Bis Zum Nächsten Mal Macht Gut Haut Da Rein Und Tschüss